Und da kommen wir glaube ich zu einem nächsten Punkt, der natürlich dann wieder oft eine Herausforderung ist. So ein System lebt natürlich davon, was die Mitarbeitenden eintragen in das System. Also wie kannst du Anreize schaffen, wie kannst du Motivation dafür erzeugen, ist immer schwierig bei Motivation, aber wie kannst du darauf schauen oder eben für dich das auch einfordern, dass solche Systeme halt zum Leben erweckt werden. Weil es bringt natürlich nichts, wenn da einer ein, zwei sind immer motiviert, ja die schreiben alles mögliche rein und alle anderen wissen gar nicht, dass es das gibt. Das wäre dann so ein Riesenproblem, ein klassisches Problem auf der Ecke des Knowledge Managements. Also ich glaube das Stichwort muss auf alle Fälle sein, niedrige Eintrittsbarrieren, weil niemand mag sich fünf Programme installieren, niemand mag irgendwie, dass er sich dort nicht auskennt, weil er das nicht bedienen kann etc. Also da ist ganz im Unterschied zum Persönlichen zum Beispiel, wo durchaus, da gibt es ja sehr elaborierte Tools, die großes Wissen erfordern, wie du Dinge zusammenfügst, wie du dann Sachen verlinkst von A nach B und dort hinaus. Und die schreiben dann in einem gewissen Syntax etc. Ich glaube das wäre für ein allgemeines Tool, was dem ganzen Team oder wie du schon erwähnt hast, mehreren Teams zur Verfügung steht, wäre das glaube ich keine gute Voraussetzung. Dort ist glaube ich wirklich das Stichwort, niedrige Eintrittsbarrieren zu schaffen, wo du im Endeffekt und wieder geerwähntes OneNote, wenn du uns sponsern willst, dann bitte, wo du sozusagen, dort klickst du einfach rein, ziehst ein Fensterchen auf und fangst zum Schreiben an. Und wenn du dann neben was haben magst, dann klickst du nochmal dorthin und dann fangst du halt dort zum Schreiben an. Also wirklich, ich glaube einfacher geht es praktisch nicht mehr. Also man muss, ich meine, wie gesagt, ich bin ein bisschen ein Fan, weil ich mit dem Tool einfach schon länger gearbeitet habe und einfach immer wieder erstaunt war über die Einfachheit und auch die Robustheit von dem Tool. Einfach, du machst es auf, es ist nahezu instant da und dann tippst du einfach deine drei Sachen rein und dann kommt die Antwort rausgespuckt. Also wirklich ein Traum zum Arbeiten damit und ich glaube genau danach müsste man sich strecken, nach dieser Decke. Wie einfach kann es sein, dass Leute dazu beitragen, Sachen da hineinzustellen.